Das Gesetz der Natur von Solomonica de Winter aus dem Amerikanischen von Meredith Bath, ein Diogenes-Hörbuch gelesen von Henriette Schreers. Die Epoche der Gefangenschaft, Kapitel 1 Nun, das ist die erste Epoche vor Anbeginn der Welt. Höre, das ist die erste Epoche, auf das du es niemals vergessen mögest. All das, was begann, begann in der Wildnis, auf das du dich stets daran erinnern mögest. Die ruhenden Waffen, der bebend geschöpfte Atem, um das stumme Warten zu ertragen. Entschlossene Hände umfassen die Griffe, damit die kalten Pavese aufrecht bleiben. Die Sonne, noch kaum erwacht, wird von gedämpften Stimmen gestört. Drei an der Zahl. Die einzig Menschlichen weit und breit an diesem unbewohnten, äußersten Rand der Wälder. Die Stimmen des scharfsichtigen Jägers, des hageren Lehrers und der Mutantin, an der es sein wird, die Wildnis zu überstehen. Sie saß zwischen ihnen, lauschte ihren Ausführungen darüber, was man über die Lebenden und Sterbenden wissen müsse, wachsam auf jedes Knacksen eines Zweiges achtend. Einer ist immer der Schlachter, erklärte ihr der Jäger. Einer immer der Gefallene. So sind Mensch und Tier, ein ungeschriebenes Gesetz. Denke daran, um in der Wildnis nicht zu unterliegen. Die Sonne schwebte über Stunden hinweg am Himmel, bis sich das Lodern von Orange in Schwarz verwandelte und das Versinken in Asche am Ende des Tages unumstößlich wurde. Zwischen Leben und Tod war das Licht. In der Luft ebenso wie auf diesem Boden. Feuer, um zu sehen, um zu töten, um zu überleben, um nicht der Dunkelheit zu erliegen. Die Natur lügt nicht. Sich zwischen den Bäumen zu bewegen, bewies der Natur Wahrhaftigkeit. Das Wild, fern im Walde grasend, war jetzt lebende Beute, würde jedoch schon bald zu den Gefallenen gehören. Plötzlich erhoben sich die Männer. Langsam tat sie es ihnen nach. Noch war sie die Schülerin. Es war ihr Auftritt. Und doch war sie noch die Schülerin. Sie legte sich den eleganten Leibgurt über die Schulter. Ihre Armbrust war aus Eiche geschnitzt. Es galt zu zeigen, was sie konnte. Behutsam setzte sie den Vorderteil auf den Boden. Schnürte ihren Fuß in den Steigbügel, zog die Bogensehne über den Spannhaken und blickte auf, um das Tier zwischen dem Grün der Bäume zu finden. Sie fasste nach ihrer Schultertasche. Die Vorfreude, gleich ihre Beute zu Boden fallen, zu sehen. Doch ehe es soweit war, wurde sie jäh unterbrochen. Schmerzen in ihrem Bauch. Stechend, stumm, unsichtbar. Sie sank auf ihr Knie. Ein Keuchen entwich ihr, Verblüffung über ihr Schwächeln. Solche Schmerzen sollten sich in kommenden Zeiten immer wieder zeigen. Sie senkte die Armbrust und hielt sich den quälenden Bauch. Langsam erhob sie sich. Ihre Beute weilte noch immer zwischen den Bäumen. Ein warnender Blick des Jägers hinter ihr trieb sie an. Jetzt handelte sie blitzschnell. Der Bolzen landete im nächsten Baum. Das Wild skaloppierte davon. Es folgte Stille. Sie war keine, die scheiterte. Jäger hatten sie erzogen. Ein Fehlschuss, meinte der Jäger. Ungewöhnlich, sagte der Lehrer. Du siehst heute seltsam blass aus. Zwei Augenpaare waren auf sie gerichtet. Das frühe Morgenlicht vertiefte die Schatten auf des Lehrers Gesicht. Er trug eine braune Wolltunika unter seinem wollenden Umhang. Die Hose in derselben Farbe, um seinen Hals ein Hasenfell. Seine Oberlippe endete in einem ausgeprägten Amorbogen, der allerdings halb vom Bartwuchs überdeckt war. Die großen Augen lagen tief unter den Brauen. Augen, die sie kannte. Vertrauensvolle Augen. Der Lehrer warf dem Jäger, dem Älteren der beiden, einen Blick zu. Bei flüchtiger Beurteilung hätte man sie für Brüder halten können. Doch während die Nase des Lehrers breit war, verlief die des Jägers schmal und spitz. Seine kleinen Augen hatten Schlupfleder, seine Haut war rau. Der eine glaubte an Gerechtigkeit, der andere an Rache. Der eine an die Ehre, der andere an den Protest. Sie trugen Dolche an den Hüften, wobei nur einer der beiden diese gerne benutzte. Durch die Berge aneinander gebunden, war ihre Kameradschaft doch so unbeständig wie das Temperament des Jägers. Eine Allianz, entstanden durch Tragödie und den Wunsch zu überleben. Sie waren keine Brüder, und nicht einmal der drohende Tod hätte sie zu Brüdern werden lassen. Die drei warteten schweigend, bis das Wild zum zweiten Mal auftauchte. Der Jäger streckte seine Hand aus und berührte das Mädchen sanft am Rücken. Die Mutantin hob die Armbrust. Die Schmerzen waren verschwunden, und sie hatte die Chance, sich zu rehabilitieren. Sie brachte ihren Körper in Position, richtete die Waffe auf ihr Ziel. Der schnelle Flug des Bolzen, das stumme Aufschlagen des toten Tieres auf dem Boden. Sie hatte ihre Beute erlegt. Wir danken dir, Erde, murmelte sie. Für die Gabe einer deiner Kreaturen. Gemeinsam trugen sie das erschossene Reh zum Schlachtschuppen neben der Hütte. Sie sah, wie es auf den Tisch gewuchtet wurde. Ein Tier mit großen, empfindsamen Augen, die noch feucht schimmerten. Erde auf der glänzenden Schnauze, durch die vor wenigen Momenten noch Luft geströmt war. Das war der Gefallene. Ein Leichnam der Hoffnung. Ein Tod, von dem sie leben konnten. Eine Zukunft. Der Lehrer wusch seine Messer mit Wasser aus der Quelle vor der Tür, ehe er begann, das Tier sorgfältig zu häuten. Die Haut sollte als Leder dienen, das Fleisch würde in die Küche gebracht werden. Während er schnitt, vermied er ihren Blick. Gewöhnlich sprach er zu diesem Zeitpunkt mit ihr. Über etwas, was er wusste oder was er geträumt hatte. Was ihn diesmal schweigen ließ, war Sorge. Über die Folgen ihrer gescheiterten Jagderbietung. Über die abermaligen Schulungen, die der Jäger ihr auferlegen würde. Die unendlichen Wiederholungen, bis schließlich Blut floss. Sie würde ihm gehorchen, denn sie fürchtete ihn. Nun sprach der Lehrer doch. »Schülerin«, sagte er. »Geh und sammle Holz.« Sie nickte. Sie gehorchte, denn sie schätzte ihn. Die Mutantin hatte einen Namen. Sie hieß Gaia Marinos. Die Mutantin war eine junge Frau, noch nicht alt genug, um ganz ausgewachsen zu sein. Sie ging ruhigen Schrittes zur Hütte hinüber und betrat sie. Den Ort, den sie ihr Zuhause nannte, wo sie träumen, wo sie sich verstecken, von wo sie fliehen konnte. Sie legte die Armbrust in den Jagdschrank zurück, in dem alle Waffen aufbewahrt wurden. Zwei hölzerne Schwerter zum Üben. Zwei Schwerter aus Stahl für die Ertüchtigung. Drei Armbrüste, Dutzende von Pfeilen, drei Bögen und sechs Wurfmesser. Bereits zwölf Geächtete, die in dieser abgelegenen Gegend umhergestreift waren und versucht hatten, etwas zu stehlen, waren mit diesen Waffen getötet worden. Eine Hütte, bewohnt und warm, weit weg von jeglicher Zivilisation, voller üppiger Beute. Ein Geschenk an diesem wilden Ort, an dem man plündern konnte, weil Gesetze hier nichts bedeuteten. Zwölf Menschen sah sie erliegen, blutig zugrunde gehen. Geächtete, wildeste unter den Menschen. Ohne Heim und ohne Wunsch danach, denen schon lange jegliche Werte der Menschheit verloren gegangen waren. Kapitel 2 Sie näherte sich aus der Ferne die Mutantin, die die Wildnis ertragen sollte. Sie beobachtete ihn genau, den Jäger und seine Grausamkeiten. Größere Furcht gab es nicht. Er hob die Axt in die Luft und ließ sie kraftvoll niederschmettern, ein krachendes Schauspiel aus fliegenden Splittern, besonders laut an einem Ort, an dem es zu still war und der zu fernab von allem lag, um fürchten zu müssen, dass Menschen zuhören konnten. In der Wildnis würde sie stets am sichersten sein. Selbst Geächtete durchstreiften so selten diese abgelegene Gegend, dass sie sich keine Sorgen machen musste. Sie kamen und gingen wie andere Raubtiere auch. Die nächste Zivilisation lag fernab in Richtung Osten. Dörfer aus Holz und Stein, richtige Häuser... Die nächste Zivilisation lag fernab in Richtung Osten. Die nächste Zivilisation lag fernab in Richtung Osten. Die nächste Zivilisation lag fernab